...tolle kommst und die Pulsisten dann eben wirklich das Auto durchsuchen können. Das ist für das RP nochmal ein ziemlich cooles Invent. Na, das nenne ich ja mal einen dezenten Auftritt. Ja, sie können ruhig was sagen. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich passe so lange auf Ihr Blut hier auf, das haben Sie ja vergessen.